Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video habe ich mal ein ganz spezielles Mainboard. Das ist ein MSI, ein MPG Z390 Gaming Pro Carbon Mainboard. Und das hat ein Zuschauer geschickt. Das funktioniert nicht. Das ist die Frage, warum kann man vielleicht einfach reparieren. Lohnen würde sich das auf jeden Fall. Dieses Mainboard, das ist nicht ganz billig. Wenn man hier mal schaut in Google, da gibt es hier welche für 170 Euro, 99 Euro, 266 Euro. Und das scheinbar gebraucht. Hier unten noch 291 Euro, 319 Euro und nochmal 319 Euro. Also das ist ein sehr hochwertiges Gerät. Das Carbon Mainboard hier, das ist ein Sockel 1151 Mainboard. Und das unterstützt hier Intel Prozessoren. Achte, neunte Generation und DDR4. Vier Slots sind da und bis zu 64 GB. Und hier unten sieht man auch, da kann man noch eine M2 aufstecken. Also alles in allem ein wertiges Board. Wäre wirklich schade. Hier oben auch wieder so eine Besonderheit. Da hat es zwei Stecker für CPU-Power. Einmal 8-polig und einmal nochmal 4-polig. Was kann man da anschließen? Hier hat es dann 6x SATA-Steckplätze. Hier unten dann dreimal Grafikkarte oder zumindest dreimal PCI-Express X16, 1, 2 und 3 und dann auch noch dreimal PCI-Express X1. Hinten hat das auch wirklich sehr schöne Schnittstellen. Da hat es USB 2.0, 2 und dann USB 3.1. Drei Stück, da sind die roten hier. USB-C hat das auch. Das ist ganz praktisch auch heute, wenn man eine Webcam anschließen möchte. Die leistungsstärksten Webcams, die haben auch nur noch USB-C. Dann hier HDMI und Displayport. Hinten auch digital optisch out und für die Soundkarte eben die Anschlüsse. Und hier auch nochmal PS2, Maus oder Tastatur. Also für Gaming auch geeignet. Das Mainboard, das hat ein Zuschauer geschickt. Dankeschön an den Heino für das Mainboard. Und das hat eben ein Problem. Es startet nicht. Woran kann das liegen? Ich probiere es einfach mal aus. Prozessor habe ich hier schon. Hier habe ich ein Intel Core i5 9. Generation. Da hinten steht auch der Original-Kühler. Und RAMs habe ich auch schon ein paar rausgelegt. Ein Problem habe ich schon hier gesehen. Und das sind die Pins hier beim CPU-Sockel. Ich mache mal den Sockel nach oben. Und dann sieht man das schon ganz gut, dass da einige Schatten zu sehen sind. Wenn man so ein Mainboard hat mit so einem Intel-Sockel, mit so einem LGA-Sockel. Und da sind irgendwelche Flecke drauf. Dann kann das natürlich Staub oder Schmutz sein. Kann man ganz einfach wegmachen mit einem Pinsel. Und es kann aber auch sein, dass ich da Pins verbogen habe. Und das ist hier der Fall. Und hier sieht man die Pins so von der einen Seite. Hier auf der anderen Seite, da sieht man diese Pins, genau die gleichen Pins, aber aus einem anderen Blickwinkel. Und da erscheint das Muster natürlich eben anders. Und hier sieht man aber sehr schön, dass diese Pins hier verbogen sind. Ich drehe das Mainboard mal ein bisschen. Und dann sieht man unten links, das ist alles okay. Das Muster, das bleibt eben gleich. Und auf der rechten Seite, da sieht man jetzt die verbogenen Pins ganz gut. Einer, der steht eben auch so richtig ab. Der zeigt so richtig nach oben. Das ist dieser hier und das versuche ich mal gerade zu biegen und hoffe mal, dass es danach wieder geht. Aber da gibt es noch ein zweites Problem. Der Zuschauer hatte geschrieben, dass das Board funktioniert hat. Und da wurde da ein BIOS-Update gemacht. Und nach dem BIOS-Update hat es eben keine Funktionen mehr gezeigt. Also da blieb dann der Bildschirm schwarz. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das BIOS-Update war tatsächlich der Grund. Und da ist ein falsches BIOS drauf. Es kann natürlich auch sein, dass hier vor dem Einbau schon irgendwas auf den Sockel draufgefallen ist. Und das muss auch gar nichts Großes sein. Das reicht, wenn es auch nur ein kleiner Schraubenzieher ist, der hier so aus dieser Höhe drauf fällt. Und dann verbiegen sich die Pins bei einigen Zuschauern. Die schreiben, dass eben ihnen der Kühler draufgefallen ist. Dann sieht das alles hier noch mehr beschädigt aus. Und es ist natürlich auch möglich, dass diese Pins hier beim Transport verbogen wurden. Deshalb ganz wichtig, dass man diese Pins vor dem Transport eigentlich direkt nach dem Ausbau von der CPU abdeckt. Das hier, das ist die Abdeckung, die beim Hersteller normalerweise immer mit dabei ist, die mitgeliefert ist. Und klar, nach dem Einbau von so einem Board schmeißt man diese kleine Plastikabdeckung meistens weg. Die passen auch nicht untereinander. Also Sockel 775 passt nicht auf Sockel 1151 und andere Sockel. Und wenn man diese Abdeckung hier nicht mehr hat, dann kann man auch einfach ein Stück Papier nehmen. Am besten macht man da direkt nach dem Ausbau von der CPU was drauf, bevor man das Mainboard aus dem Rechner ausbaut. Ich nehme einfach hier mal so einen Klebezettel. Den kann man einmal hier falten. Dann hat er in etwa die richtige Größe. Und dann lege ich den hier drauf und klappe das zu. Kommt hier einfach so oben drauf. Das kann auch an der Seite überstehen. Dann klappt man das hier so runter. Und dann kann ich das hier so zuklappen. Und fertig. Dann steht das hier so raus. Ist auch sehr praktisch, dass es eben hier so ein roter Zettel ist. Dann sieht man direkt, dass da was drauf ist. Und wenn ich jetzt hier drauf hasse oder so, da kann ich jetzt unten drunter nichts mehr verbiegen. Also da muss ich schon den Prozessorkühler hier aus 30 Zentimetern Höhe drauf fallen lassen, dass da was kaputt geht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Schutz, als wenn da gar nichts dabei ist, wenn man das irgendwo einlagert oder eben verschickt. Dieser Pin hier, der steht ganz nach oben. Der steht hier wie eine Antenne senkrecht nach oben. Das funktioniert natürlich auf keinen Fall, wenn man da einen Prozessor jetzt drauf macht. Dann verbiegt er sich vielleicht nach hinten. Gibt es noch einen Kurzschluss. Und hier auf der linken Seite sieht man, wie die hier stehen müssen. Ich versuche das mal ganz vorsichtig runterzubiegen. Das ist natürlich ganz schön schwer, weil hier diese Pins, die sind so klein. Da kommt man direkt mit hier dem Werkzeug, in diesem Fall einfach so ein Holzstäbchen, an den anderen Pin hinten dran. Ich versuche mal die anderen hier runterzudrücken wieder. Das geht ein bisschen einfacher hier aus dieser Position raus, weil so kann ich eben auch gleich mehrere runterdrücken. Aber auch hier wieder Problem. Diese Pins, die sind unheimlich leicht zu verbiegen. Da brauche ich gar nicht viel Kraft, einfach nur ein bisschen. Also wenn man Pech hat, dann verbiegt man die anderen, die jetzt noch gerade sind, auch und drückt die zu weit nach unten. Sieht schon wieder ganz gut aus. Irgendwie hier, da sieht man im Muster, da ist noch ein bisschen viel hell sozusagen. Also das muss hier noch ein bisschen nach drüben. So, aber auch da ganz vorsichtig. Das war nicht so gut. Noch mal ein bisschen. So vielleicht eher noch ein bisschen geht auch. Und hier drüben, da fehlt aber noch was. Wenn man von oben drauf schaut, dann sieht man auch diesen Pin, der zeigt so ein bisschen in die Mitte. Und kann man ganz vorsichtig ein bisschen antippen. So, und jetzt richtet er sich so ein bisschen. Aber hier, das Ende hier hinten, das ist auch eben im Sockel verschoben. Sieht jetzt eigentlich wieder ganz gerade aus. Vor allem hier in dieser Ecke, das waren ja so fünf Pins, die irgendwie ein bisschen schief waren. Und da kann man hier bei dem noch sagen, okay, der ist auch nicht so schön. Andererseits, wenn man sich mal teilweise hier hinten die anguckt, und da dürfte ja wahrscheinlich hier nichts draufgefallen sein. Die sind auch nicht immer so 100 Prozent in diesem Bild hier. Das ist ja auch jetzt eine ganz starke Vergrößerung gerade. Und wer irgendwo noch einen verbogenen Pin sieht, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Und der hier, ja, ich glaube, der ist dauerhaft so ein bisschen verbogen, aber so müsste der eigentlich funktionieren. Ich setze einfach mal die Intel CPU hier drauf und mache mal die Verriegelung runter. Und, ja, setzt. Und dann mache ich die wieder hoch und gucke mal, ob die Pins sich da jetzt verbogen haben oder nicht. Und es kann natürlich auch immer sein, dass einige Pins zu weit unten sind und keinen richtigen Kontakt haben. Und das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, dass so ein Board funktioniert und nach irgendeinem bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis nicht mehr funktioniert. Die CPU ist wieder unten und, ja, alle Pins sind noch genauso, wie sie vorher waren. Also da hat sich nichts weiter verbogen, irgendwie zur Seite oder so. Und ich probiere es einfach mal aus. Das hier, das ist der Original-Kühler von Intel zu dieser CPU. Größer ist er tatsächlich nicht. Und was man hier sieht, ist, dass unten diese Auflagefläche rund ist. Und hier die CPU, der Heatspreader, der ist eckig. Und das Eckige ist natürlich ein bisschen größer. Da braucht man jetzt auch keine Wärmeleitpaste ganz intensiv drauf zu machen. Da kann ich hier einfach hier auf das Runde, also auf die kleinere Fläche, die Wärmeleitpaste auftragen. Und dann reicht das auch. Sonst passiert eben genau das, was hier bei irgendeinem anderen Vorbesitzer passiert ist. Dass zum Beispiel der Wärmeleitpaste hier neben sich in den Kühler rein drückt, in diese Kühlrippen. Ich habe das jetzt alles zusammengebaut. Prozessor drauf, Kühler drauf und hier unten die Stecker zum Einschalten. Und hier das RAM-Modul habe ich auch reingesteckt in genau den Steckplatz, den MSI hier vorschlägt. Und hier im Handbuch ist es ein bisschen widersprüchlich beschrieben. Da steht hier dann im Original-Handbuch von MSI, wie man die RAM-Module einbauen kann oder einbauen soll. Das ist hier so ein bisschen die Frage. Hier oben steht nämlich Memory-Module-Installation-Recommendation, also Empfehlung. Also das hier ist nur eine Empfehlung. Da sieht man verschiedene Schemata. DIM-A2, genauso habe ich das jetzt hier mal gemacht, zur Sicherheit. Und interessanterweise steht hier unten drunter dann, aber important, also wichtig, das eine RAM-Modul, wenn man nur eins hat, immer auf jeden Fall in DIM-A2 installieren. Genauso wie ich das gemacht habe. Also hier oben ist es nur eine Empfehlung und hier unten ist es wieder wichtig. Und interessant ist eben, ich habe schon sehr viele Mainboards getestet mit verschiedenen RAM-Modulen, verschiedenen Bestückungen. Und komischerweise hat es bisher immer funktioniert, auch wenn man das RAM-Modul woanders reingesteckt hat. Das kann natürlich sein, dass das RAM-Modul hier ein bisschen langsamer ist, dass das Mainboard ein bisschen weniger Performance hat, wenn man das woanders reinsteckt. Prinzipiell funktionieren tut es aber eigentlich schon. Alles fertig, soweit kann ich direkt jetzt testen. Was ich aber noch brauche, hier ist eine Grafikkarte, weil der Prozessor da hier drin ist. Das ist ein Intel Core i5-9400F und bei den F-Modellen ist die Grafikkarte ja deaktiviert. Also ich habe hier so ein Coffee Lake drin und wenn ihr euch einen Prozessor kauft, kauft euch am besten keine F-Version, auch wenn die ein bisschen billiger ist. Da hat man eben im Problemfall immer mal die Möglichkeit, die Grafikkarte auszubauen und die Onboard-Karte zu nutzen, wenn die Grafikkarte ausfällt oder wenn gar nichts mehr startet. Und hier brauche ich aber eben eine eigene Grafikkarte. Ich schalte mal ein, mal gucken, was da passiert. Aber interessant, da passiert überhaupt nichts. Also hier leuchtet auch keine LED oder ähnliches. Könnte vielleicht daran liegen, dass hier keine CMOS-Batterie drin ist. Das ist bei neuerer Elektronik tatsächlich eben öfter der Fall. Früher war das eigentlich egal, aber mittlerweile nicht mehr. Ne, also Netzteil funktioniert. Das habe ich eben nochmal getestet und da liegt auch Strom an. Ganz neue CMOS-Batterie eben ausgepackt und die kommt jetzt hier mal rein. Und Grafikkarte wieder drauf. Netzteil habe ich hinten wieder eingeschaltet. Und ne, das sieht wirklich nicht gut aus für dieses Mainboard. Ist wirklich sehr interessant. Ich hatte schon viele Mainboards, wo das BIOS zerflasht war, wo ein falsches BIOS drin war oder das BIOS korrupt war. Interessant ist aber, dass diese Mainboards sich immer eingeschaltet haben. Also man hat hier angeschlossen, hatte hier an dem Schalter eingeschaltet. Dann lief der Lüfter, kam natürlich kein Bild, hat auch nicht unbedingt gepiept. Manchmal hat es gepiept, aber irgendeine Reaktion war da immer. Und das ist hier gar nicht der Fall. Also hier ist komplett alles ohne Funktion. Das Mainboard hat ja eine Besonderheit. Das hat hier zwei Stecker für CPU-Strom-Support. Einmal so einen 8-poligen und dann nochmal den 4-poligen. Und da habe ich hier nochmal einen Adapter. Kann ich das nochmal probieren. Kann ich hier so draufstecken. Und dann kann ich mal gucken, ob es dann funktioniert. Ich probiere es mal ohne Grafikkarte. Aber da tut sich auch nichts. Ich habe hier vorne diese Adapter mal abgemacht. Und ne, komplett ohne Funktion. Der Kühler, der sitzt richtig drauf. Der Prozessor sitzt richtig drauf. Also ich vermute mal, dass es vielleicht auch einen ganz anderen Grund hat. Ich mache mal so ein RAM-Modul raus. Vielleicht ist ja auch hier irgendein Problem mit dem RAM. Das RAM-Modul selber ist aber ganz neu. Und da passiert auch nichts. Man hört auch nichts. Da klackt auch nichts oder sowas. Und piepen tut es eben auch nicht. Lautsprecher ist ja hier vorne dran. Das Carbon-Mainboard, das hat ja hier vorne so einen großen Kühlkörper. Und den kann ich abmachen. Das ist ein Kühlkörper für eine M2-SSD. Die kann hier vorne eingebaut werden. Und hier sieht man den Anschluss. Und das ist der Kühlkörper selber. Das ist hier wahrscheinlich Aluminium, fühlt sich zumindest so an. Und hier unten, da ist so ein Wärmeleitpad. Und ich gucke mal hier. Aber hier ist auch keine Beschädigung oder sowas erkennbar. Ein bisschen zu funktionieren scheint es noch, wenn man hier das CMOS hier löscht mit dem Schraubenzieher. In diesem Fall kann ich hier auf die beiden Pins halten und das Ganze dann mal einschalten. Dann läuft es mal kurz an, geht direkt wieder aus. Also irgendwo ist hier ein Defekt. Auf dem Mainboard denke ich mal drauf. Man löscht das BIOS hier in diesem Fall mit dem Schraubenzieher. Halte ich hier diese beiden Kontakte bei dem J-Bet Jumper zusammen. Und dann drücke ich hier auf den Einschalter drauf. Dann lasse ich hier los und dann läuft es mal kurz an. Stellt wahrscheinlich irgendeinen Fehler fest oder irgendwas fehlt. Und das war es dann gewesen. Und da sieht man hier, das kann man scheinbar auch beliebig oft wiederholen. Ich habe das Mainboard mal komplett jetzt zerlegt. Ich habe die ganzen Kühlkörper abgeschraubt. Hier oben links, hier unten über dem Chipsatz. Da sieht man auch noch Wärmeleitpaste. Um mal rauszufinden, ob ich hier irgendwo einen BIOS-Chip finde. Diese BIOS-Chips, die sind ja achtpolig und die sind super klein. Könnte zum Beispiel dieser hier sein. Neben der Batterie könnte aber auch hier unten der sein. Und da sind verschiedene von drauf. Und alle, die ich bisher identifizieren konnte, wo ich die Bezeichnung ablesen konnte, das waren sie nicht gewesen. Das waren irgendwelche Regulatoren, Spannungsregulatoren oder sowas, die genauso dieselbe Bauform haben wie so ein BIOS-Chip. Das hier, das ist die Lieblingsseite aus dem Handbuch für das MSI-Mainboard. Und hier unten steht dann, was man machen kann, wenn der Computer nicht mehr hochfährt, nachdem man das BIOS abgedatet hat. Entweder BIOS löschen, also mit dem Jumper, also mit dem Schraubenzieher, was ich da gemacht habe. Oder Alternative, man soll das zweite BIOS benutzen auf dem Board. Und dann in Klammern nur für Mainboards, die ein Dual-BIOS haben. Und natürlich hat das Mainboard kein Dual-BIOS. Die meisten Mainboards haben kein Dual-BIOS, außer bei Gigabyte. Da haben sehr viele Mainboards oder fast alle eben ein Dual-BIOS. Und da ist es auch wesentlich einfacher, nach einem falschen BIOS-Update seinen Rechner wieder in Stand zu setzen. Hier in diesem Video gab es ein ähnliches Problem. Video blende ich hier oben mal ein, die Infokarte mit dem YouTube-Video. Und das ist ein Gigabyte-Mainboard. Das hatte auch eben das Problem, dass das BIOS korrupt war, dass es nicht mehr funktioniert hat. Das hat aber Dual-BIOS und das kann man einfach mit dem Einschaltknopf hier reparieren. Funktioniert tatsächlich so einfach, kann Reparatur sein, wenn der Hersteller es will. So einen BIOS-Baustein, den kann man auch wieder neu beschreiben mit so einem E-Prom-Brenner, mit so einem Programmiergerät, so wie das hier zu sehen ist. Und das ist angeschlossen per USB an dieses Notebook. Kann man hier den Inhalt auslesen und kann den dann auch neu beschreiben. Geht auch mit so einer Klammer, kann man hier draufsetzen. Aber es geht natürlich auch nur dann, wenn der Hersteller das auch so haben möchte. Das Problem bei so einer Reparatur hier bei dem Neubeschreiben von dem BIOS ist einfach erstmal den BIOS-Baustein zu finden. Die sind wirklich so super klein. Das kann man hier kaum lesen. Auch nicht mit Vergrößerung, mit Lupe, mit Kamera. Hier, das könnte der Baustein sein. Oder hier unten, das könnte der Baustein sein. Hier sind noch verschiedene, die sind es aber jetzt nicht. Das Problem ist zum Beispiel jetzt hier auch, wenn ich die Klammer aufsetzen möchte. Das geht hier gar nicht, weil man hier nicht zwischen diese Komponenten kommt. Also hier der Sockel, der blockiert hier die Klemme. Und das ist hier wie so eine Klammer. Die hat eben acht Pins, vier unten und vier oben. Und die kann ich hier so aufsetzen bei diesem Baustein hier. Da würde das jetzt hier ohne Probleme funktionieren. Ist aber wie gesagt nicht der BIOS-Baustein. Es gibt tatsächlich auch Mainboards, da ist neben dem BIOS-Baustein hier auf der Hauptplatine BIOS aufgedruckt. Also hier so ein weißer Schriftzug. Und hier ist gar nichts zu finden. Und hier haben wir zum Beispiel auch noch das Problem, dass hier so zwei Kondensatoren daneben sind. Also hier kann ich auch die Klammer nicht ansetzen. Da müsste man den Chip mit Heißluft eben auslöten. Was natürlich dann auch wieder die Existenz einer Heißluftstation voraussetzt. Die hat natürlich auch nicht jeder. Ich habe hier eine da, aber irgendwo muss man mal sagen, da lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Gerade eben im speziellen Fall hier, wo diese Pins verbogen waren. Ich bleibe da aber auf jeden Fall nochmal dran. Und wenn einer von euch weiß, wo bei diesem MPG Z390 Gaming Pro Carbon Mainboard genau der BIOS-Chip sitzt, einfach in die Kommentare schreiben. Da kann ich nochmal eine Reparatur versuchen. Wenn ihr so ein Programmiergerät für einen BIOS-Baustein in Aktion sehen wollt, wie es auch funktioniert, wie man auch ein Mainboard herstellt, was servicefreundlich ist, dann schaut mal dieses Video Infokarte, blende ich oben mal ein. Da habe ich hier das Programmiergerät genommen und habe hier ein H81M-HDS-Mainboard repariert. Das geht da ohne Probleme und das war auch noch so freundlich, dieses Mainboard. Da konnte man hier den BIOS-Baustein auch noch rausnehmen und direkt in das Gerät reinsetzen. Da hat man dann diese Klammer hier gar nicht gebraucht. Da muss man auch nichts auslöten. Warum die Hersteller das jetzt so schwierig machen? Also ist ein Rätsel. Ist natürlich praktisch jetzt hier für MSI. Haben die gerade nochmal ein Mainboard verkauft an den Zuschauer, der das hier eingeschickt hat. Reparaturfreundlichkeit ist da wirklich leider gleich null. Muss man einfach mal so sagen. Einmal, dass hier diese LGA-Sockel derart gestaltet sind, dass wenn wirklich irgendwas drauf fällt, das Mainboard eigentlich komplett kaputt ist. Früher konnte man eben bei einem Prozessor mit den Beinchen, bei einem Ryzen zum Beispiel, geht es ja heute noch, die Beinchen einfach wieder gerade biegen. Das geht ja schon. Das ist machbar. Nicht schön, aber es geht. Aber hier so einen Sockel zu reparieren, da die kleinen Pins wieder gerade zu biegen, diese Federn, die da drin sind, fast unmöglich. Dann zweites Problem eben hier, Bios auch fast unmöglich, den Bios-Baustein überhaupt zu finden. Und dann kommt man entweder nicht ran oder der ist irgendwie so versteckt unter irgendwelchen Abdeckungen, die ich alle abgeschraubt habe, dass man den erst gar nicht findet. Wenn ihr noch eine Idee habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Das würde mich freuen. Oder ihr sowas schon mal repariert habt, wie ihr das gemacht habt. Vielleicht habt ihr auch selber das Gaming Pro Carbon und könnt da irgendwelche Tipps geben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es noch weitere Links zu ähnlichen Videos auf dem Kanal, wie man Mainboards erfolgreich repariert. Besucht mal die Seite Tooltime.de. Das ist diese hier. Da gibt es über 380 Tutorials und Anleitungen, wie man sein Notebook repariert, wie man seinen Drucker repariert zum Thema Windows 10, zum Thema Windows 11, zum Thema Linux, wie man sich einen eigenen Rechner baut, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man seinen Windows aufräumt und schneller macht. Schaut es euch einfach mal an. Besucht einmal die Seite Tooltime-Pedia. Das ist jetzt diese hier. Tooltime-Pedia ist ein Hardware-Archiv aus drei Jahrzehnten, 30 Jahren IT-Geschichte. Da findet ihr alte Prozessoren, neue Prozessoren, Mainboards, Festplatten, Grafikkarten. Da gibt es auch viele Spiele. Schaut es euch einfach mal an, was es damals gab, was die Sachen damals gekostet haben und was die heute noch können. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an. Da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.